Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen heute das neue Onkyo Heimkinopaket HTS 4505 zeigen. Das 5.1 System präsentiert sich in Silber oder Schwarz mit Lautsprechern in moderner Hochglanzoptik. Zum Anschluss ihrer modernen Unterhaltungselektronik stehen vier 3D-fähige HDMI-Eingänge und drei digitale Eingänge bereit. Das Ganze kombiniert mit der leistungsstarken Onkyo-eigenen WRAT-Technologie für packenden, mitreißenden Sound. iPod, iPhone und USB-Speicher finden Anschluss am Front-USB-Eingang. Odyssey 2 EQ sorgt für eine automatische Raumakustik-Korrektur in Ihrem Heimkino. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Bye bye.